Yo, moin moin, hier ist Dietmar von tariftipp.de und dieses Beispielvideo hier drehe ich mit dem neuen Sony Xperia 10. Ein neues Mittelklasse-Smartphone zu einer UVP von 349 Euro erschienen, richte mittlerweile auch schon unter 300 Euro. Ich habe hier mal die maximale Videoqualität eingestellt und die liegt hier beim Xperia 10 bei 4K mit 30 Bildern pro Sekunde. Es gibt auch einen speziellen 21 zu 9 Format Video-Modus. Dieses Smartphone hat ja so ein Kino-Format und logischerweise könnt ihr auch Videos in diesem Format drehen. Ja, wie immer habe ich die internen Mikros eingeschaltet und wenn ihr mal schaut auf meinem YouTube-Kanal findet ihr auch einen Vergleich zwischen diesem Xperia 10 und dem ebenfalls neuen Xperia 10 Plus. Ja, das soll schon gewesen sein und damit grüße ich euch und sage Tschüss, bis bald.